Spielvortritt. Brum hat Eran ein altes Schwert gegeben, denn Angriffe sind jetzt kräftiger. Heißt das, das alte Schwert ist noch schlechter, als das, was Brum eigentlich gerade hat und deswegen war ich vorher noch schwächer? Ja. Vielleicht konnten die Urgans mich deswegen so gut abwehren. Die Docks von Darred. Darred sagt mir gar nichts. Ich suche es wirklich. Das gab, glaube ich, tatsächlich so eine... Darred, Darred. Ist das nicht dieses Dorf, wo die durchgekommen ist, wo er seinen ersten Urgans erschießt eigentlich? Das eigentlich in der Wüste ist und deswegen eigentlich gar keinen Dock haben dürfte? Richtig schlecht. Jetzt müsste man immer das Buch rausholen und gucken, ob die Karte so ungefähr mit der übereinstimmt. Darred ist wahrscheinlich mal eingezeichnet. Alter, dieser Zeichenstil ist... Eragon nannte den Drachen Saphira, den Augen nach, die wie leuchtende Saphire strahlten. Der ist aber schwarz, nicht blau. Das ist richtig. Das heißt, der gab ihm ordentlich auf die Fresse mit dem Schwert. Was ist das für eine komische Stadt? Das ist so richtig merkwürdig, ne? Wer baut denn sowas? Das sieht noch einigermaßen okay aus. Boah, Alter, wie schlecht die schießen. Jetzt brennt auf einmal die ganze Stadt, weil sie komischerweise aus Holz ist. Oh mein Gott, zu viele! Oh, das war er neben. Der König ist scheiße. Sucht euch einen neuen. Ladies und Gentlemen, zur nächsten Folge von Alargesias Next Top Tyrant sehen Sie folgende Kandidaten. Auf der einen Seite haben wir den krassen Metzger Sloan. Er beeindruckte mit seiner tollen Performance. Ich lasse mich selbst filetieren. Auf der anderen Seite haben wir dort Durza, den tollen Schatten mit den roten Haaren und der diabolischen Schädel. Imitationsmaske. Yay! Und in der dritten Ecke haben wir die Razak, diese komischen Baumwesen, die hier irgendwie total merkwürdig rüberkommen. Und, äh, gut, da drin sind Fleischer und Fleisch zu zerkleinern. Seien Sie auch wieder dabei, wenn es wieder heißt, Germany's, äh, ich meine, Alargesias Next Top Tyrant und so, äh, ja, okay, das reicht. Und in die Menge! Ey, es hat geklappt. Loll. Ich hab's nur danach verkackt. Sorry. Wie das Umwerfen immer nicht funktioniert. Frechheit. Und von der Erbrüstung. Ich dachte gerade, du bist runtergeflogen. Das wäre ja nicht genau. Höh! Ich schubste hier alle runter, ey. Nein, schlau. Alle kippen sich gleich vor der Brücke, ey. Ich treffe einfach die ganze Zeit voll gar nichts. Oh, an den Satz erinnere ich mich noch gut. Den bringen die so oft. Du wirst sterben. Ach so. Na dann. Spam. 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 Nein, er ist wirklich tot. Scheiß auf Nahkampf. Ist da noch einer oder nicht? Das ist doch schnell. Ich fährst da kaputt, aber da ist bestimmt alles Wichtige drin. Lernst du hier nicht auf Prisingier? Ach, hier geht's eh weiter. Äh. Wir hätten einfach runterrennen können. Ach, er hat ja auch gesagt, es sind zu viele weiter, ne? Oh nein. Ich glaube, wir haben das früher mal gesagt, Schwert reinstecken, oder? Das kommt irgendwie gerade so vor. Was? Schwert reinstecken? Ja, wenn die so am Boden liegen und du einfach noch so reinstichst. Wir haben alle gleich das Schwert reinstecken. Wie kippen wir mal nicht um? Ich fühl mich betrogen. Guter Niederschlag. Hallo, zieh doch auf den da oben. Danke. Ich zieh aber auf gar keinen, ich zieh auf dich. Ey, jetzt. Mann, ey, dass man auch mit... Was macht der da? Der Typ springt einfach total random hoch. Das ist mega dumm, dass du hier zielt, da aufladen musst und hiermit kannst du ändern, wen du angreißt. Wie soll das funktionieren? Ich finde es gut, dass du mir das zeigst, während du das noch die Fresse kennst. Irgendwen habe ich gerade noch getroffen. Wie soll das gehen? Wie soll ich jetzt hier ändern, wen ich treffe? Boah, guter Schuss. Ja, 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 kein Ding. Hör, wie spring ich eigentlich? Hallo? Hallo? Warum komme ich da nicht los? Weil ich nicht nah genug dran bin. Das ist doch echt richtig dumm. Das ist doch die beste Art, ich brauche zu bewegen. Da kommen Erinnerungen auf. Hinterhalt. Der sagt er, während er stirbt, finde ich gut. Hallo? Ich finde es gut, dass man einfach alles schon wegschießen kann, während man noch nichts sieht, aber das wird in späteren Leveln nochmal richtig extrem. Da kommen wieder neue. Ach, da unten ist noch ein Vorsprung, den habe ich nicht gesehen. Spannend. Feuer! Hast du den anderen erwischt oder nicht? Mal guck, ich habe viel mehr Punkte als du auf der Leiste. Warte, warte, warte. Dein Lauf ist schwierig. Ist doch egal. Die sind aber gleich bei uns. Ne, die kommen aber gleich zu uns. Außerdem musst du jetzt mehr Punkte haben. Also ich meine, die werden ja, glaube ich, gar nicht mehr da unten hinzugefügt, weil die gleich jetzt voll ist. Kommst du trotzdem nochmal her? Hast du das Ei gesehen? Ne, noch nicht. Aber ich wollte mal gucken, ob... ok. Das hat sich gelohnt. Komm hier nicht runter? Also du killst dich wirklich mit einem Schuss, aber bei mir ist das irgendwie teilweise nicht so. Ok, den aber schon. Easy. Ich find's einfach so verwirrend, dass man mit... Hä? Wie zieh ich mich da hoch? Hä? Hä? Warum auch immer will die eigentlich töten? Eigentlich bringt das ja nichts. Nicht wirklich. Was bringt denn diese Anzeige da unten, dass die voll ist? Und jetzt Feuer! Ja. Hm. Theoretisch müsste er jetzt umkippen. Ja. Ja, mach gleich nochmal. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was 5 ist, ne? Oh. Das war direkt richtig geil. Was ist es denn? Einfach schon schießen, bevor auch nur einer da ist. Wow. Ja. Das wird jetzt mein Teil am Gameplay sein. Ich stehe hier. Er hat Spaß und, äh... Ja, ich kann keine Magie, ne? Komischerweise nicht. Hä? Ja, ist doch total egal. Ich mach einfach nur so und... Mehr muss ich eh nicht machen, oder? Nichts. Nichts. Hallo, 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 hallo. Hä? Das sah voll natürlich aus. Guter Jump, guter Jump. Kein Problem. Ja, das ist irgendwie ein bisschen zu spät gesagt, oder? Kommt hier noch was? Geh mal ein bisschen weiter vor. Ich bin hier enttäuscht. Klar. Ja, natürlich schießt er auf den einen, der hinter der Wand steht. Gut gemacht. Hey, ist der schon tot? Ja. Rette mich! Okay! Ich nehm das Leben. Ging leider nicht. Scheiße. Oh! Moment. Geh runter! Ach so. Das hat sich jetzt doch voll gelohnt! Mensch, Mensch! Wir haben einfach voll Glück, dass da noch so ein bisschen liegen geblieben ist, sonst wäre das scheiße gewesen, wa? Mit einem Scharfschuss. Oh! 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 Magie! Hä? Ich hab los drauf geschossen. Arschloch-Spiel. Hä? Was denn jetzt? Ich bin tot! Oh! Ich hab uns grad beide oder mit umgebracht. Wie schlecht ist das denn, ey? Hä? Wir können einfach sofort eine Schwierigkeitskarte neu wählen. Wie gut. Hä? Seid ihr sicher, dass ihr auf Normal spielen wollt? Ihr seid solche Lappen? Wie killst du die eigentlich so locker? Ich brauch da viel länger für. Das ist doch dein Speere. Ja, hab ich ja. Er hat ja nicht getroffen, der Lappen. Ja, oh! Halt ich mich jetzt an. Ich glaub, das lag echt im ersten Level daran, dass ich das scheiß Schwert hatte, dass es überhaupt nichts gebracht hat, gegen ihn zu kämpfen. Ich mein, hier hab einfach alles abgeblockt. Ey, nicht mal das sagst du. Vor allem, ich, ich spa- Achso, ich glaub, wenn- Kann's sein, dass wenn man das darauf wechselt, dass das dann nicht mehr gespannt ist? Ich mein, ich hab die ganze Zeit gespannt, dann hat er drauf gewechselt und ich lasse sofort los dann sprechen. Wart mal. Ja, er muss dann echt neu spa- Wart mal. Okay. Wir müssen das Ganze jetzt nicht nochmal machen. Ist so. Einmal reicht. Ähm. Oh. Ja, geil! Wir machen das Ding kaputt und reparieren wir es wieder. Ist so, richtig dumm. Ähm. Bäh! Geht's nach oben! Schnell! Ja, geh du und schlag nicht hoch. Äh, geht ja nicht. Ist da das Ei? Nein. Ich komm nicht mehr hoch! Das ist so stumpf! Ich komm auch nicht mehr weiter, ich lauf hier gegen eine Alpha-Wand, ey. Alpha-Wand? Du guckst zu viel Gronkh. Ja, ich glaube auch, das Spiel ist noch in einer, ähm, in einer Alpha-Phase. Also, äh. Sieht man ja, das ist noch nicht komplett ausgefallen. Ich kann nicht richtig laufen, jo! Ich kann nicht richtig laufen, jo! Scheiße sind das viele! Ich kann mich auch überhaupt nicht richtig bewegen, ey. Weil du irgendwie im Weg stehst. Uh! 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 Das ist so... Ja, der hat gerade auf irgendwelche Zivilisten geschossen. Wieso kann ich hier nicht lang? Wahrscheinlich fahr ich nicht in die gleiche Richtung, die er so in die anderen rum. Da unten ist glaube ich das Ei. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ähm, da kommen wir da von hier hin? Wir müssen ihm raten! Mann, sind wir schlecht! Ist klar. Äh, aber laufen wir jetzt am Ei vorbei oder kommen wir da jetzt noch hin? Ne, ich glaube, da kommen wir noch hin. Achso, warte mal, das ist unsere Deckung! Hahaha! Das war gut! Oh, ich glaube, ich muss das Schiff hochheben oder so, oder? Nee! Die schießen natürlich wieder auf mich, geil! Oh, da kommen neue! Ja, dann hebt das Schiff! Den kann ich ja noch nicht! Musst du vielleicht erst weitergehen? Ah! Ah! Oh! Das ist jetzt irgendwie enttäuschend! Ja, hier drüber! Ja! 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 Ey, ich find's gut, dass er das erzählt, während der Typ schlägst tot ist. Aua. So zwei, so lächerlich. Einer kann vorne halt kämpfen. Und der andere... Oh, er hat zum ersten Mal was gesagt! Guck mal! Das ist die Sache, dass ich komplett in der Gameflash steuere voll durcheinander. Die ist voll merkwürdig. Die Magie ist geil. Schieb mich mal vorwärts, dann wollt ich immer rollen. Aber Eragon hat immer den komischen kleinen Vorteil mit der Magie, ne? Ja, das ist auch der einzige, den er hat. Ich glaub, wir müssen auf die andere Seite mal runterspringen, oder? Weil da war ja noch eine Magie, zumindest. Was willst du noch für mehr Vorteile als Magie? Er kommt noch! Ich meinte eigentlich links. Irgendwie will er da nicht hin. Ach doch. Jetzt doch hier nicht direkt lang. Ne, das hab ich ja probiert, deswegen meine ich, wir müssen mal runterspringen. Na los, alter Mann! Ich bin jetzt hier. Ui, guck mich an! Wie ich hüpfen kann! Hehehe. Im Ernst, wer baut denn so? Hier könnte man doch mit keinem Schiff durchfahren. Für'em Schiff. Mit Schilf durchfahren. Wahrlich nicht, wahrlich nicht. Oho! Ohohohohohohoho. Ich bin denk... Das ist alles... Oh... Hahahaha. Bleib ruhig liegen! Naja. Okay, tschau. Oh, wie die Neswarse. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn es während er auflädt, dass es hochgeht. Aber nein, er zaubert fertig und dann geht das Ding hoch. Du hast hier eine Magieanzeige. Ja, wenn ich die ganze Zeit die Fliecher runterziehen könnte, wäre ein bisschen überpowered. Quatsch. Wir mussten hier nach vorne springen, glaube ich. Oder? So. Ah, fast. Wie? Aus solchen Winkeln mache ich das immer. Ja, cool, ich kann jetzt hier nicht hin. Ich darf nicht rüber, solange die nicht tot sind. Das ist ja gut zu wissen. Da, noch mehr. Bis eben konnte ich ihn noch treffen. Dann kommst du hoch und ich treffe ihn nicht mehr. Die Macht ist Brom. Was passiert hier gerade? Ein bisschen... Ich bin Magier, ich teleportiere mich einfach hin und her. Weißt du, wie du jetzt 20 Minuten nennst? Doch, Alter, du bist echt so die Killing-Maschine. Und ich... Wie soll es erst werden, wenn du den anderen Typen spielst? Ich bin Brom. Der konnte ja, glaube ich, auch noch schneller schießen als Eragon. Ja. Bin halt ein Element des Periodensystems. Was willst du dagegen tun? Mortag? Okay. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sind in der nächsten Folge wieder in dem Level... Achso, wir sollten vielleicht noch den Abspann angucken. Was für ein Abspann? Ja, das, was jetzt kommt hier. Spielfortschritt. Eragon hat die Telekinese-Magie erlebt. Uh, Telekinese. Slüster-Windir. Okay, es kommt kein Abspann. Da sind wir beim nächsten Mal in Da-Red. Alter, wir waren ja vorher schon... Nee, wir waren in den Docks von Da-Red, ne? Ja. Okay, beim nächsten Mal sehen wir uns in Da-Red. Da wird es so richtig krass mit Leuten mit Schilden, glaube ich. Alter, da wird es richtig schätzt. Ist nur so eine Vermutung. Und da sehen wir auch einen Bären. Einen Brumm-Bären. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.